ja und damit seid gegrüßt bei den zweig und in darum zu einem neuen part minecraft arno mit dem zwang fürst wir craften uns gleich mal eine axt eine spitzhacke aus stein erst mal weil wir kein eisen haben und eine eisenspitzhacke haben auch nicht mal vorrat soweit ich weiß und dann werde ich heute meinen sympath einfach unter die erde gehen und ein bisschen nach schätzen graben mit den schatz suche So, das nehme ich jetzt mal mit. Ein bisschen Holz können wir bestimmt auch gebrauchen. Den Rest hier, die Eichenbretter. So, dann brechen wir auf. Grabe ich mich unter die Erde. Dann schauen wir mal, was wir finden. Diamanten, Gold, andere Mineralien. Suchen wir mal eine tolle Fläche hier. Einen tollen Bereich, wo man sich runtergraben kann. Ja, wir waren doch schon mal unter die Erde. Wir haben schon ein bisschen was gefunden. Redstone haben wir ein bisschen viel sogar gefunden. Und, ja, Gold haben wir ein bisschen was gefunden. Eisen haben wir jede Menge gefunden. Na denn, ich glaube, ich sollte eine Werkbank mitnehmen. Das wäre vielleicht nicht so falsch. Da ich doch einige, ich glaube, ich nehme die auch aus dem Gasthaus mit. Den leihe ich mir mal aus. Wäre, glaube ich, nicht so falsch. Ja, die goldene Schaufel. Wirthaus zur goldenen Schaufel. Ich klau dir mal kurz. Deine Werkbank, ich bringe sie wieder zurück. Ich bemühe mich zumindest. Ich schneide sie nur kurz aus. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. So. Und dann würde ich mal sagen, Aufbruch, Superman-Hersteller, wo man sich runtergraben kann. Heute alles ganz entspannt, ganz gechillt. Und jetzt einfach mal ein bisschen Mineralien suche. Und da der Erde. Okay, Fackeln hätten wir eigentlich auch mitnehmen können. Aber, ja. Hm. Okay, Kohle haben wir ja dabei. Holz nicht wirklich, aber. Ich bin da mal kurz holen. Man vergisst dann doch einiges mitzunehmen. Ja, Fackeln haben wir jetzt genug dabei, um einige Tage unter der Erde zu verbringen. Ja. Suchen wir mal Fleckchen. Das sieht doch hier ganz gut aus. Das ist an einem anderen Eckchen, wo ich das letzte Mal gegraben habe. Das letzte Mal haben wir dort drüben. Ja, da sieht man es, glaube ich, noch. Da ist so die Tür. Dann wollen wir nachgegraben. Ich würde mal da hinten mal ein bisschen weiter hingraben. Was haben wir denn hier? Das sieht aus wie eine Tür. Ist es aber nicht. So, nicht so weit oben. Ich würde mal ein bisschen weiter runter gehen. Ja, da unten, wo die Kohleblöcke sind. Sieht schon vielversprechend aus. Ja. Erst Kohlebock. Zack. Da haben wir ja noch nicht genug mit. Hätten wir gar nicht runter gehen müssen, um das zu sammeln. Hätten wir hier bekommen. Zack. Kohle gibt es nun wirklich überall. Zumindest hier in der Version, wo ich spiele. Ach, du Schande. Das sieht hier übel aus. Da kann man schnell umkommen. Wenn man nicht vorsichtig genug ist. Da falle ich mit meinen ganzen Items runter. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel mit. Ne, ich habe nur das Nötigste mit. Zum Glück. So. Clever ist es. So. Sacht hier mal runter. Laufen. Und wir müssen ja nicht mehr hoch. Wir graben uns dann wahrscheinlich irgendwie. Anderweitig hoch. Bruchstein sammeln. So. Ähm, wie wäre es denn mit hier, oder? Eigentlich gehe ich noch ein bisschen runter. Ja, da wo die Blöcke sind beim Wasser. Und da bin ich schon ein bisschen weiter unten. Das ist glaube ich intelligent. So. Wenn ich mal direkt anfangen, mich hier runter zu graben, genau an dieser Stelle. Grabe ich mich in den Berg rein. Ja. Nehmen wir das als Einstieg. Einstiegspunkt. Dann geht es da runter. Superb. Ich hoffe, ich stoße nirgendwo auf ein Lava. Oder ähnliches. Ein Schwert habe ich mit. Ein Steinschwert. Dann mal schauen, wo wir langkommen. Was uns so erwartet. Nehmen ein Plätschwert Wasser. Ich hoffe, das ist wirklich nur Wasser. Wir werden hier nicht von der Lava Flut überrascht. Sie sind zwei Diamanten in der Nähe. Ich habe gehört, Diamanten befinden sich immer gerne. In der Nähe von der Lava. Aber da würde ich auch gerne einen Lava See haben. Und nicht. Ein Lava Strom, der von oben kommt. Das wäre dann kontraproduktiv. Na denn. Hinunter. Immer weiter runter. Zack. Hier noch ein Lichtlein ran, ab und zu mal, damit es dann doch noch hindern bleibt. So, Schritt für Schritt. Was ist das, Hilfe, Hilfe, Silberfischchen oder so, ich glaube Silberfischchen hießen die. Ah, verdammt, verdammt, die töten mich hier noch. Was machen die denn hier? Scheiße, das ist hier gar nicht gut. Ich habe nichts zu mampfen mit. Oh, Mist. Mein Spitzhack ist auch fast am Arsch. Haha, Sticks kann ich hier nicht wirklich machen. Spitzhacker. Hm, ich habe kein Holz mehr, das ist bescheuert. Kann man hier aus den Fackeln wieder Holz machen, das ist beschissen. Silberfischchen, das ist Kacke. Die kommen hier wohl in Wasserregionen vor. Das ist ein bisschen hinderlich. Man muss jetzt hier mit der Handgleich abtragen. Wenn man Spitzhacker weg geht. Äh, ist ja auch selten dämlich. Warte hier mal die Werkbank mitnehmen. Hätte ich auch Holz mitnehmen können. Ein bisschen was abbauen können, bevor ich unter die Erde gehe. Sollte wohl nicht sein. Tun wir mal mit dem Zeug, was wir haben. Da ist er weg, die Axt. Naja, dauert das Ganze jetzt ein bisschen länger. Nix außer Gestein und Silberfischchen. Da unten. So ein Mist. Alles Gestein und Silberfischchen Die Überschlichen So, ich glaube das wird hier nicht mehr viel um eine Spitzhacke, das ist jetzt auch hier blöd, ich glaube jetzt einfach mal wieder hoch und lasse das jetzt hier gut sein. Ich glaube das ist das Beste hier, hier werden wir nichts finden, wir sind schon so tief gegangen hier, hier gibt es nichts zu sehen, suchen wir uns eine bessere Stelle aus, den Kram da weiter. Lassen wir es herunterspülen hier, ins Wasser. Da klackert es doch was, uh, Brennrad um die Rhythm ist hier, ich glaube ich muss das Lama mal schlachten, wir brauchen etwas zu futtern, es tut ihm leid für das Lama, aber... Oh, das greift uns an, ist klar, hast du Fleisch? Ich glaube nicht, dass das Fleisch hatte, scharf, so Fleisch, das ist gut, hat ein bisschen Wolle. Snacken, zack, ok wir hätten noch ein bisschen mehr gebraucht, um voll zu werden, so Creeperus Maximus, Maximus, sich da rumlaufen, hier gibt es keine Höhle, die sich so direkt anbieten würde, aber wir können ja ein bisschen laufen hier, ein bisschen andere Landschaften, Creeper, den hier nicht, oh, herausfordern, hoppla, jetzt unten kommen wir am Wasser, da waren wir wenig getroffen, und dann jeweils hier, vielleicht finden wir auch Bäume, ja, da sind Bäume, da können wir ein bisschen was mitnehmen, für eine Axt vielleicht, eine Schlitzhacke meine ich, so, nehmen wir mit. Das ist ein schöner Strand hier, so eine lange Küste hier, einen Weg lang am Wasser, ich bin jetzt ziemlich nah am Wasser, ich glaube, das ist auch nicht gerade positiv, für irgendwelche Materialien, wertvolle Erze und so weiter, ich glaube, da sollte man hier am Landesinneren nachgucken, und nicht so, am Arsch der Welt hier, unter dem Dorf, auf der Klippe, das ist eher schlecht, würde ich sagen, könnte man hier so in Waldgebiete gehen, da mal gucken, aber hier ist es eher nicht mehr, wie die Schlitzhacke bei dem Stift noch ausgefunden worden und hier ist es nur voll vorigireitig, dieений-K Hofekiramis sind, wir gehen auf die kleine Spitzhacke hin, Sticks, Holz 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 Steinspitze, noch eine Steinspitze, 3 Steinspitze haben wir an Bord, ok das reicht erstmal als Vorrat, vielleicht auch mal bei der Gelegenheit ein Steinschwert, da kann man auch mal rein investieren ist vielleicht nicht falsch, so, und wenn das gleich kaputt geht Inventar voller Dreck, alles klar Und dann schippern wir mal darüber und gucken, was wir da so finden, vielleicht finden wir irgendwo eine Höhle mit ein paar Monstern, aber mit Schätzen, das ist ja das Wichtigste So, hoppala Das ist doch sogar ein Waldbereich schon, da sind wir ja nicht so falsch, so dicht tötig um Fleisch zu haben, hätten wir uns aus der Nahrungskiste auch ein bisschen was mitnehmen können, aber was so ist, so ein bisschen Fleisch schnambulieren wir am besten gleich, so ein bisschen Energie zu bekommen Mehr können wir nicht essen, wir sind voll bis zum Rand, das ist doch gut So, da schreit es doch nach Höhle hier, oder? Nein? Hätte aber nicht sein können, zack, 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 ein bisschen Fleisch Kann ich schaden, eine Wolle damit wir uns ein Bett bauen können Ja, haben wir doch jetzt weiße Wolle Eine Werkbank raus Kann ich schaden Ich meine, es wäre auch besser, wenn wir mal im Haus aufwachen, aber die Nacht mal überschlafen Falls wir hier draußen sein sollten Vielleicht braucht man es ja Das Bett Einfach mal hier aufheben Noch nicht als neuen Checkpoint hier speichern, aber aufheben Ja, eine Höhle, sieht doch gut aus Da könnte man doch unter Umständen etwas finden Zack Ist nicht groß die Höhle, wie es ausschaut, aber Doch, da geht es schon rein Schwertbereithalten Könnte jederzeit ein Skelett hervorspringen Hier führt auch Wasser lang, ja, das sieht gut aus Das ist doch toll Nein, dann graben wir uns hier weiter Das ist doch Das ist mal ein gutes Örtchen Sagt mir mein Gefühl Ich weiß, mein Gefühl hat mir schon gesagt, dass das andere ein schönes Örtchen wäre, aber Tja, man täuscht sich nicht so viel mal hintereinander So hinunter würde ich sagen Eisen Eisen Ich will aber da noch nicht runter, ich will mich hier mal weiter bauen Wenn wir das Eisen bekommen Oh, ich höre Skelette Es wird nur vorsichtig sein, bevor wir erschossen werden Ganz geheilt sind wir nämlich nicht mehr So ein bisschen sammeln, was wir schon können Eisen ernst mitnehmen Ach so tief ist es hier gar nicht Habe ich hier ein Skelett gehört Habe ich hier ein Skelett gehört Naja Habe ich wohl nur gehört Ein Spawner hier in der Nähe Das wäre kritisch So, gehe ich mal da weiter Eisen, wie viel haben wir da schon von Na wo ist es 8 Na wo ist es 8 Da haben wir sogar hier Eisenherz Ja Schon ein erster Erfolg Ich dachte schon wir müssen uns hier mit Silberfischchen und Bruchgestein zufrieden geben Ich höre Spinnen und Monster Ich höre Spinnen und Monster Oh, Eisen Klaue ich mir Nehme ich mal mit Da sieht ihr aus, da gibt es Schätze die wir besucht haben Na ja, Eisen ist jetzt noch nicht sonderlicher großer Schatz Aber Ist es was, was wir brauchen können 14 Eisen Da ist doch schon mal Nicht nichts Vielleicht finden wir sogar eines Tages Diamanten Können wir hier unten bleiben Ein Bett haben wir sogar mitgenommen Ein Bett haben wir sogar mitgenommen Müssen wir ja nicht gleich wieder hochlaufen Wenn wir uns hier erstmal ein Weilchen durchgraben Kann ja ein paar Parts gerne dauern Von mir aus Kann das hier Ein bisschen dauern Ich will ja auch irgendwann mal Diamanten finden Das wollen wir ja auch mal Als Ziel haben Und als Erfolg Freischalten Das wäre doch nicht schlecht Mit diesem Ziel kann man sich hier mal runtergraben So, ich hoffe nur ich falle hier nirgendwo runter Und grabe mich hier ins Verderben Das wäre schrecklich Jetzt gehe ich langsam und vorsichtig voran Auch die Lava macht mir Angst Der hier immer von allen Seiten kommen kann Kommen könnte So So Huh Creeper Au wei Ich verrecke hier unten noch Ausleuchten damit hier Die Monster Nicht kommen Au wei weil sollte man fackeln sparen gehen da weiter runter in die richtung ja das eisen das ein gutes zeichen dass das was ich sehe das sieht wertvoll aus sieht nicht nach diamant aus aber das sieht nach wertvollem material aus esen haben wir jetzt genug um uns eine eisen geschichte zu schmieden zu machen das ist glaube ich nicht schlecht das kriegen wir glaube ich ein eisen ernst haben wieder bei soo bravissimo das graue ich auch gleich mal ab und was bist du da zerbrach meine ah verdammt die steinachs hat es nicht gebracht die stein schwert nein stein die ganze spitzhacke hätte ich eine eisenspitzhacke gebraucht verschenkt das war durch kein diamant der man sieht anders aus hoffentlich so ich mache mir gerade mal was eisenspitzhacke da müssen wir erstmal brennen so gerne entdeckt war das finden wir hier in der nähe also auch noch vielleicht ein paar wertvolle materialien unten geht es tiefer rein da gehe ich noch nicht rein ich habe nämlich jetzt da oben noch ein bisschen eisen am brutzeln erstmal hier gucken wie das eisen fertig wird dann können wir weiter gehen na das reicht doch erstmal für eine eisenspitzhacke ok stick brauchen wir noch und eisenspitzhacke sehr gut die müssten wir dann man findet da auch materialien brauchen wir die auf na dann ich gucke mich schon mal rechts und links um vielleicht findet man hier sogar was na hier was in der dunklen ecke nicht so wirklich kohle ich nehme die fangen gleich damit es dann sparen wir ein bisschen ich würde eher da weiter runter gehen ich würde jetzt nicht in die säcke gehen sondern da nach links das wäre durch praktischer höhere spinnen bitte komm nicht zu mir spinne oh wei es liegt nach skelett und spinne Monster die hier auf mich warten das sieht auch schon gut aus nehmen wir mit 3 3 müssen noch äh Steinspitzhacke nicht wegwerfen so das nehme ich mir mal schon mit großartig können wir mitnehmen da haben wir jetzt 17 Eisenbahnen das ist ja nichts kann man schon mal mit was anfangen das ist ein Ofengleich und dann gehen wir mal hier runter vorsehen oh Creeper Creeper weg da weg da weg da ich hänge hier fest Hilfe Creeper immer in Gefahr hier ich schnabuliere mal kurz was so ein bisschen Herzen auffüllen ein klein wenig Creeper Creeper wo bist du ich lasse mich da einfach runter treiben jetzt das ganz runter treiben sollte ich vielleicht noch nicht das sieht tief aus da ist Lava das kann auch schon mal richtig sein oh Kühler lassen sie mich in Ruhe oh da ist doch ein mieses Skelett das ist gefährlich da unten ich bin nicht dafür ausgerüstet hätte meine Rüstung mitnehmen können dann wäre ich dafür geglaubt mit vier Herzen das ist nicht gut auweia Spinnenküper und so weiter und so weiter ah oh down so wie hier wir auf